Das Projekt wird nicht gewinnen. Ich habe viel Gold. Da sieht man, wie motiviert er ist. Lass mich mal schreien. Ich bin hier in so einem Schneebiom. Habe ich irgendwas mit Gold? Ja. Er hat es gerade gesagt. Wie komme ich denn jetzt hier weg? Warte, ich muss hier mal einen Breakup machen. Als Maul. Als Maul. Als Maul. Als Maul. Als Maul. Als Maul. Weil sonst. Kommen wir gleich mal hier zurück. Und das wollen wir ja nicht. Wie interessant. Doch, das wollen wir. So sagst du selbst, du gewinnst es nicht. Dann kannst du auch direkt aufgeben. Ne, aber ich kann schon wieder da. Und wo dazu ist neu. Ey, Arman. Die anderen wollen auf dich gehen. Also stehen wir auf dem Vortrag. Ja, ich weiß. Aber ich habe ja sowieso erst bald. Weil ich sag mal so viel. Ich werde das Projekt nicht gewinnen. Was? Das kann man nicht brauchen. Weil ihr seht schon. Ich habe noch heute sehr weit gekommen. Das kann er nicht sagen. Nur weil er langsam ist. Letztendlich was schlecht ist. Letzter kackt der. Da aber. Ich habe viel geholfen. Pass auf. Bruder. Das war. Das war.